Drei von vier Europäerinnen und Europäern wohnen in der Stadt. Die Tendenz steigend. Damit steigen auch die Probleme. Es gibt immer weniger Platz, die Verkehrssysteme kollabieren und Wohnräume werden teurer. Diesem Trend entgegenzuwirken ist die Aufgabe von Civitas Eccentric. Das EU-Projekt widmet sich vor allem den städtischen Randbereichen und entwickelt dort Lösungen für ein zukunftsfähiges Wohnen mit einer stadtverträglichen Mobilität. Unter dem Leitsatz Mobilität neu denken verknüpft Eccentric München eigene Initiativen und bekannte Angebote zu elf unterschiedlichen Maßnahmen. So profitieren die Bürgerinnen und Bürger von völlig neuen Möglichkeiten, ihren Alltag komfortabler und effizienter zu gestalten. Eine dieser Maßnahmen ist das Nachbarschaftsportal domagpark.de. Die Online-Plattform informiert über laufende Veranstaltungen, Ankündigungen und Nachrichten des Quartiers. Auch Serviceleistungen und die Angebote lokaler Gewerbetreibender können die Anwohnerinnen und Anwohner hier entdecken. Als Teil des Civitas Eccentric Living Labs steht der Domagpark für die Themen Mobilität und Sharing. Auf der Website finden sich aktuelle Informationen über laufende und geplante Maßnahmen sowie alle Angebote. Das Online-Portal ist ein digitales Herzstück des Quartiers, verbindet die Bewohnerinnen und Bewohner und gibt Zugang zu allen wichtigen Ereignissen. Domagpark.de ist das digitale Infoboard für ein nachbarschaftliches Miteinander. Nachbarschaftskommunikation, die bald schon Realität sein kann. Für jedermann.